Die Bibeltags für das Programm ist Philippa Kapitel 3, Vers 20, 3 Kapitel 4, Vers 3. Wir haben hier in diesem Philippa-Breif auf alle Geseinen, wo Paulus den Leben wir ganz am Gedrät, wie es Herr Jesus hat angenommen. Nicht mal dachte er anders, ob er wir auch ein ganz näher Mensch. Dort wird er eher schwer, dort wird er nun nicht mehr. Und das nächste Programm ist, was Paulus zu sagen hat, von der Hoffnung, die wir als Gäste kennen haben, für die Zukunft von der Herr Jesus wird kommen und die Entrückung von der Herr Jesus wird all die Dinge nach sich nehmen. Ich glaube Ihnen, was er noch an, das Programm zu hören, um die selbst zu prüfen, ob du auch bereit bist für den Herr Jesus, von der Herr Jesus wird kommen. Herr, ich danke dir für dein Wort und bitte, dass du das richtig sehen möchtest, und alle zu hören. Amen. Hier ist es mit dir, zu prüfen, Elmer und Remmer. Wir sind nun noch die letzte Phase in der 3e Kapitel von den Philippa-Breif kommen. Verdem, dass Paulus den Herr Jesus angenommen hat, wir sehen die Hoffnung und sehen die eine Ereignung selbst, dass er die Tristen wird vernichten können und seine Ereignisse verstellen. Das wird ihm eben nicht gelingen. Die Herr Jesus mocht sich zu ihm bekannt, und Paulus vroeg dem Herr, »Wat wist du her, dass ich tun soll?« Die Herr hat ihm gesagt, was er von ihm verlangt, und er wird Jehoorzum gewast. Wie hat er gezogen, dass so eine Sache die Paulus dacht, wurde verarmt und gewenst zu sein, rekent er nun als Schönt. Die hat er nun kein Wirt. Er hat geleert, dass Christus wir sehen gewenst. Er wird willig alles zu verlieren, sodass er Christus gewennen kann. Paulus in der Hoffnung wir nun nicht auf die Ede eingestellt, dass wir leben verarmt und Himmel aufgelegt. Die Herr Jesus hat ihm und den Reich der Weg gedreht, und hat ihm ein ganz andere Zin geeft, ein anderes Ziel für sein Leben. Nu der 20. Vers in der 3. Kapitel in den Philippabreif. »Ans Berge reicht ober es im Himmel, und wir luren, als sie er daanau, dass ans Heiland Jezus Christus die Herr vandoor kommen wird. Paulus jäft ans hier in Ange, sie zwischen die Gottloze und die Gottes Kinga. Zonen die fienden sind, jägen Jezus Christus in Trieus, und das Evangelium, sind erdisch und weltliche Zinnen, und will sie das Trieus veracht haben, sind sie auch verdammt. Ober verzone die Christus angenomen hat, verdienen es die vergebnis von ihre Zinde hier auf diese Ede, und sie hat auch in der Zukunft die Verhoofnung ein Freude ist. Und das Vers sagt Paulus, dass ans Berge reicht im Himmel ist. Wie kann das sein, wann wir noch hier auf die Ede wohnen? Wir kennen hier in ans Leben dem Herr seine Freude, dem Herr seine Freude, und dem Herr seine Leid, so als sich seine Genode, dag für dag erfohren. Ans Berge reicht es im Himmel, oder ans Wandel es heert diese Ede. Wie sind eigentlich in ein fremdet Land, freund? Das meint, dass wir ans Wandel reele worden nach die Sache, nach die im Himmel wichtig sind. Wir sind in Trieus dem Herr Jezus aus Heiland angenomen hat, je heert Hij oder Zee, zu Gott und zu Gott in Richtung. Wir haben die Wester verreicht, die uns gegevt worden, wie wir Gott angeheer. Wir können zu irgend eine Zeit noch Gott am Gebet kommen. Wir haben die Vergevnis von uns Zinde. Wir haben die Heilige Geist, die in uns wohnt. Wir haben die Leidenheit, an der Deine, in Gemeinschaft mit dem Herr, zu haben. Und wir haben die Hoffnung, dass die Herr Jezus für uns kommen wird, sodass er uns noch zu sehen, Himmel nehmen kann. Da sind auch noch mehr zu sagen, die wir haben, wie Gott seine Tiener sind. Da sind so eine die Leiden, dass Christen worden, durch die große Triebsel, die Gott auf diese Welt bringen wird. Gott seine Wort sagt nicht, dass die große Triebsel eine sehr Hoffnung ist. Aber dass die Herr Jezus für alle Christen kommen wird, dort, meine Freund, ist eine sehr Hoffnung. Das ist, was wir in den Titusbrief lesen in Hacht, in Titus, der 2. Kapitel, der 1. bis 14. Vers. Das ist ein wichtiges Wort, Freund. Dann Gott seine radende Genut ist alle Mann verendage gekommen und da hat uns eine Rechte, dass wir Gottlosigkeit und weltliche Last aufzeigen zielen und vernünftig, geistlich und Gottesfertig und diese jägen Wort die Zeit leben zielen und luren nur die sehr Hoffnung und ans Grote Gott und Heiland Jesus Christus zielen kommen, die sich selbst für uns handgeeft, dass er uns raden mag, von alle jäzatslosigkeit und ans Reinmacher, dass wir sie in irgendetwas können zähne, übrig und gute Worten. Die große Triebsel ist eine Tiet von der Antichrist, die Welt regieren, wird. Dort wird sie nicht sehr lang Juden zielen, 12.000 von jeder von der Israel-Storme, die Gott seine Däne und die Triebseltied oder zielen. Die wollen so als Evangelisten zielen, und die Menschen warnen, dass sie sie nicht dem Antichrist den Tiefen nehmen. Und ab und vorhin der 3. Kapitel in der 10. Versch redt die Herr von der Zeug in Philadelphia, die zu dem Herr wir trüge warst, und das wird sie sagt, wie es du das Wort von meine Geduld bewohrt hast, wo ich die bewohre von der Verzügelungstunde, die über die ganze Welt kommen wird, all den Appaprof zu stellen, die ab Eerd wohnen. Die Zeug es sind Herbild von alle, die waardige Buren sind, wann die Herr Jesus trinkt. Wie lewe, dass die Herr Jesus vor alle worhofte Trüste ene Laft kommen wird, so dass sie ans nur sein Himmel nehmen kann. Dann wird Gott weiter mit die Israel-Nation schaufe, dass sie den zu sich selbst gewinnen kann. Wie weite nicht kreik, wann er die Herr für ans kommen wird, aber wie weite, dass sie bald kommen wird. So schrift Paulus in Eerste Thessalonische Feier, 13-18 in der Verzügel, Nu breide wir wollen nicht her, dass sie anwissend sind wegen den, die in geschloppen sind, dass sie nicht treure, so als die, die keine Hoffnung haben. Dann, wann wir lewe, dass Jesus gestorven ist und war da abgestoenen ist, Jerozow wird Gott den mit an mit bringen, die an Jesus geschloppen sind. Dann das sei bedoelt, dass dem Herr sie in het woord, not wie die lewe und bliewe wat dem her sie kommen, worden ab kein weicht in verabkommen, die angeschloppen sind. Dann der Herr selbst wird vom Himmel eraufkommen, met ein kommanderer in das woord, mit dem Hexte Engel seine stem, und mit Gott seine Trompeit, und die die an Christus gestorven sind, waren erst abstoenen, dann wo wir, die wir lewe und hier gebleven sind, mit an Taup ein Walt eine Hechte gerepe worden, Taup dem Herr zu treffen an Luft, und also wo wir dann immer mit dem Herr Taup sind, dort am tre stund unger anander mit dieser Wied. Dort, meine Freund, ist unsere Grote Hoffnung, und nicht die Grote Triebsal. So könnte ein eine Zeit passieren, das heet, dass die Herr Jesus für uns Christen kommen wird, und mein Freund, wenn das passiert, was du mit dem Herrn um Himmel genommen worden, oder was du mit hängen blieven und die Triebsal Zeit gingen. Wie kannst du das weten? Die Apostel Johannes geft die die Antwort in Johannes 3 6 10 und auch in das 1 Kapitel der 13 4 steht das geschrieben, 10 hat diese Welt so lege hat, dass sie eins gesehen geeft, dass alle die an am ihr nicht verloren gingen, aber dass ihr lege haben. Aber alle die die an nemen, geeft sie das Reich Gott seine Dinge zu reiten, die nicht von blut auch nicht aus vleischlich es verlangen, auch nicht aus den man sein wellen, aber von Gott je boeren sind. Also all die dem Herr Jezus an je nomen hat, als die eens je heiland, sind von er zinde je raad, en die heren am auch an, und he wird den alle nom himmel nemen. Uns bergereicht es im himmel, dort es wo wir an je heren ober uns bandel es nach geeft diese eed. Des vers zegt auch dat wie leuren als zeie dornou. Zoon luren es obernechtlos ramzetten en nus dornen. Als die Herr Jezus van zin waarde komen reed in Lukas 19 vertelt hene geschicht van een odelman die in oren vrandet land reist en te zine jenge tien zelber stekke jief en zente aan handelt do met wat ek terug kom. Dat is wat wie ook dornen zelen. Dat haft ons ober gegeeft en wie moet het do met slietig zennen. Wanne wie zine ober donen dan kan wie ook voor zin komen luren. Wie zullen emmer reed zennen. Wie zullen dooraan denken dat onze ober en ons leven kun toe er in eene tijd toe een enge bracht worden der in dood oda der hem her zin komen. Dis vers zegt ook dat die her die ons heland is die her jesus christus is die die van ons komen wordt. Hij wordt geen anderen schekken van anderen ook met aan met komen worden. Hij zelfs wordt ook komen. De schrift zegt dat hij wordt zin loon van ons ook met zich met brengen. En op en 22 de tofde vers zegt de her jesus dit tot alle christen. Tje ik kom bold en mijn loon ha ik met mij met en jid hem door nou te geven als zien waar ik als gewaast. Dat kent bold de tiet wo de gelegenheid voor de radung voor die to een komen wordt. Want dit leven to een kent dan is die ewig t vriend dan is dat entweder die zelig t met Christus oder die verdamnis onder Christus. Wann du meine stem nu heerst dan is door nog de gelegenheid dem her jesus als heiland an nemen. Do dat nu en maak diene zelig he an jesus christus zeggen heiland kom dat feld nog ho aan henge rond nu hast du dat niet wat es met zien en zien door een röp die vriend licht vormt heiland 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 ZANG EN MUZIEK 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 21ste vers ZANG EN MUZIEK 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 nicht over. Ein Verdorbenes kann auch nicht dort over, was nicht verkommen kann. Checkt, ich sage jetzt ein Geheimnis. Wir wollen nicht alle anschloppen, wir wollen über alle geändert worden, in einem Moment, in einem Augenblick, wann die letzte Trampette bloße wird, dann die Trampette wird bloße und die Todes werden abstoßen und verweist. Und wie soll er geändert worden? Denn das Verweselige mag dort antrecken, das nicht verweistlich ist, und das Storbelige mag dort antrecken, das nicht sterben kann. Und wann das Verdorbenes dort antrecken wird, das nicht verdorben kann, und das Storbelige dort wird antrecken, das nicht sterben kann, dann wird es so sein, als es geschrieben steht, die sich hat den dood abgeschluckt. Die Charpe, den wir hier auf der Erde haben, sind Charpe, die sehr schwind verdorben, wenn ein Mensch gestorben ist, die mag begrüßt werden. Hier wird uns übergezeigt, dass das schwache, oma lief wird geändert worden. Und wann hier wird das passieren? Die Apostel Paulus helpt uns, was er damit. In 1. Korinther 15, 20-23, sagt er, ob er nun ist Christus vom dood abgestone, und es dort erste vrucht von denen die angesloppen sind. Dann seid derg ein Mann die dood zu ihm, joh, so ist derg ein Mann das abgestone vom dood abgestone. Dann so als ein Adam alle storben, so auch an Christus worden alle levendig gemacht worden. Ob er ein jeder nun seine eigene Ardening. Christus ist das erste vrucht, und nach dem die die arm an die Heere, wann he kennt. Ich will das nun topbringen. Das abgestone vom dood hat mit den Charpe zu tunen, nicht die Seele. Jesus Christus ist das erste vrucht von die abgestone, nach dem worden dort so eine zinne, die Jesus Christus als Heiland angenommen hat, für die Zeit, wann he kennt. Ein paar Minuten te treten, las ich von Ierste Thessaloniki, dass die doods wurden abgewägt worden mit dem Herr zinne Trompeit. Die wurden eerst abgestone und er eine neue Himmelse karpe kreue, und dann wurden die andere Christen die noch umleben werden, auch je ändert worden. Al die wurden dann dem Herr enne Luft trafen. Dem Herr zinne stem wird lüge noch zinne, dass die doods in Herr an Heere wurden. Wie denken an die Zeit, als Jesus verlaatser zin grof stund, und sie ziedt, Lazarus kam Ruud, und heet sie ihm Ruud. Die doods wurden zine stemheren, und wurden Ruud kommen, und wurden mit dem Herr und mit uns, immer beim Herr zennen. Nun dann, ich will noch ein bisschen mehr von die neue Charpe rede. Uns Text sagt, dass uns lief wird je ändert worden. Das sagt auch, dass die so herlich wird sein, als Christus zin lief. Weet wie wo das mit dem Herr Jezus in zin neue lief wird? Joens wird das auch vergestalt. Na dem, dass die Herr Jezus von den dood abgestone wird, leidt Hij sich von viel Menschen zähne, dass es zine gingen. In der Pastelgeschichte, 1. Kapitel, die 1. drei vers, es anstet beschreven. Leuwe Theophilus, die 1. bereich, den ich die schreif, wer von alles, dass Jesus anfängt, bei uns zu tunen und lernen, was den dag, als er in den Himmel genommen wird, na dem, dass er seine gewählte Apostel hat, durch den Heiligen Geist beveil je geeft. Von dem, er sich auch hat seine leute, nur seine Lieder, die viel verschiedene wies, und leidt sich seine verviertigt durch, und redt von die Dinge, die zu Gott seinen Rek gehörde. Dit wies uns, dass er ein Karpel hat, die zu seine wär. Dat wär auch so'n Karpel, die sein irdische Karpel ähnlich wär, so dass seine gingen an Kande. Ober, sie nie Karpel wär nicht begrenzt von die Dinge an diese Welt. Die Dere und Fenster wär alle toegeschloten, aber die Herr stund plaatslich man die gingen ein Reden toan. Paulus will das auch in sin 1. Korintherbrief klar machen, also ist das, was he in 1. Korinther 15, 42-45 sagt, So ist es auch mit dem Absteunen von Tod. Dort wird ihr seid ein Verdornis, dort steht ab ein Anverdornis. Dort wird ein Anir, ihr seid, dort steht ab ein Harligkeit. Dort wird ihr seid ein Schwachheit, dort steht ab ein Kraft. Dort wird ihr seid ein natürlicher Lief, dort steht ab ein Jeistlicher Lief. So, als es auch geschrieben steht, die erste man Adem wie ein Leuwen in die Seil, die letzte Adem wie ein Jeist die Leuwen geeft. Johann vertelt uns auch wie das mit Gott seine Dinge wird sein, wann die Herr für uns kommen wird. 1. Johannes der 3. Kapitel, die erste 3. 2. Kapitel, die erste 4. 3. Kapitel, die erste 5. Das ist die wunderschöne Hoffnung von Gott in der Klinge und der Heiligkeit von dem erheiratet. Hast du so eine Hoffnung, mein Freund? So eine Hoffnung kann blooskomen, wann wir die Verzicherung haben, das an sie Zinde verjeift sind, und die Herr Jezus an sie Heiland beste werden. Nu das vierde Kapitel in den Philippe bref, die erste drei Vars. Wie sind nun das letzte Kapitel in das Philippe bref gekomen? In das erste Kapitel habe ich die Leer von der Christlichen Leven gezogen. In das zweite Kapitel wird das Master von Christlichen Leven. In das dritte Kapitel wird das die gewenst. Und nun in das vierde Kapitel ist das die Kraft für das christliche Leven. Wann das keine Kraft wird, dann wird das andere uns nicht viel Gutes tunen. Und uns selbst überhaben wir nicht diese Kraft. Paulus wird uns vertellen, dass er alles in Christus tunen kann, die er am auch kraftig machen wird. Wann die Kraft nicht von uns selbst kämpfen, wo kämpft die dann? Na, die kämpft vom Herr. Wann wir Jezus Christus an je noemen haben, dann kommt die Heilige Jezus und wohnt in uns. Er ist Gott, also hat er dieselbe Kraft als Gott hat. Wann wir uns fast in Herr anstellen, dann wird der Kraft sein, so zu leben als Gott das ihr wollt. Paulus sagt hier auch, dass die Tristen und Philippe seine Freude und seine Krone werden. Paulus kann das sagen, weil sie hat an das Evangelium gebracht, und sie hat er dort angenommen. Sie hat er ihm auch die ganze Zeit eben in seine Arbeit unterstellt. Diese Menschen und Philippe werden seine Breide und Zester im Herr, und sie wurden mit ihm in der Ewigkeit sein mit dem Herr. Sie hat er, dass er Gott ist, und sie hat er, und sie hat er, und sie hat er, und sie hat er, und sie hat er. Und sie hat er, 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 und sie hat er. Und die nächste Trje Sugarbäượcарищan haben sie verabsch只有le відом sein. dass die sich nicht einig wären. Sie hätten nicht im Herr sein, und das brachte eine Einigkeit. Wir wissen nicht was, dass wir dort ankommen wären, aber dass wir nicht gut für die Gemeinde, und die Arbeit der wir ihnen lieden. Menschen können andere Gedanken einer von dem anderen haben, aber wenn sie beide nach dem Herr checken und sein haben, dann können sie doch topschaufen, dass wir bei Paulus eine dringende Sache. Wann doch nicht Einigkeit ist, dann kann die Gemeinde auch nicht verworten gehen. Er schrifft an sein Metorbeid, dass er die Frühe ist damit trecht halten. Da ist viel Arbeit in die Gemeinde in einer Welt, sodass das Evangelium kaum ausgegeben kann. Das ist, was die verschiedene Gover, die Menschen von Götchenkriegen haben, gebraucht soll worden. Da ist eine Städte für Frühe und dem Herr seine Arbeit. Ja, das ist niedrig und wichtig, dass wir alle dem Herr sein sein haben. So kann die Arbeit dann verworten gebraucht worden. Mein Freund, du kannst deine Radung nicht durch die Arbeit für den Herr verdienen. Die Radung ist bloß zu haben durch den Glauben an Jezus Christus. Dann, wann du dort ewig leben hast, dann kannst du auch für den Herr leben und an deine. Mocht die Herr je in schnodern, freigegeben, oder zu. Gott sei denn, meine Freund. Amen.